Hallöchen und ein herzliches Willkommen bei Life is Strange Episode Nr. 1, Folge 5, meine lieben Freunde. Und heute bin ich mal mit dabei. Wir gehen mal sofort in die Episode. Episode 1. Und zwar fortfahren. Country Music? Ich liebe diese Song. Ich liebe es. Ich liebe es. Was ein schöner Tag. Ich weiß, was ein Sparkeflug macht, Jerkwad. Ich glaube, die Mutter hat hier ihre Pferde gelegt. Oder was ist das? Mal ansehen. Oder ihre Mutter hat eine neue Handtasche. Wenn die Mutter hier wäre, würde sie sagen, dass sie die Pferde gelegt werden. Dad, gelegt es. Oh Mann, das ist William. Das ist William. Das habe ich an deiner Asse erkannt. Wissen. Wapp. Alles klar. Ahem. Ahem. Eigentlich... Warte... Alles... Okay. Hey. Was zur Hölle? Aus dem Auto, Chloe. Du wirst bald sein. Stimmt der, die ist von da eingestiegen. Ähm. Scheiße. Danke. 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 Ich war eigentlich gesagt, dass ich... Ich sehe... ... alles. Oh, ho, 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 ho. Alles klar. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Drugs. Drugs. They will mess you up. Okay. Ich habe ein bisschen an den Ton... Hier, da bin ich. Ähm. Ein bisschen an den... Go-Klack-Seriors. Okay. Haben wir irgendwie ein Football-Spiel? Future needs excellence. Jeremia Blackwell. Oh, da ist eine Darstellerbühne. Ich klicke mal nix. Nicht, dass das hier überspringt. Ich möchte mir das alles angucken erst mal. Die Blackwell-Fahne. Bigfoot, äh... Gegenüber ist das Football-Stadion. Wer war denn das leider mal? Okay. Warte, was passiert mit deinem Gesicht? Geis. Do you need to go to the nurse or something? What? This? You should see the other guy. Guess it's true, then. I heard you had a hell of a night. I mean... People are talking about it. People can eat a dick. Even social media haters can't ruin how awesome last night was. So... How about The Tempest? Blackwell Theater at its most pretentious. Yeah. Totally. I know it's gonna be lame, but... I was... Thinking... Do you wanna go together tomorrow? Hmm... Das liegt schrecklich. Vielleicht... Ich würde... Doch mal lieber sagen... Vielleicht, oder? Das könnte ganz lustig werden. Das ist... Totally, was ich dachte. Alright. See you in Chem. Ja. For sure. In Chem. In Chem. In Chemie. Die Chemie. In der USA. Mal gucken, was die so machen. Ähm... Drücke und halte, um dein derzeitiges Ziel zu überprüfen. Ich habe noch Zeit vor der Klasse. DVD von Steph holen. Gab das noch wenigen? Ja... Ah, guck mal. Ich habe gerade einen Spielfehler gefunden. Ich halte. Und lass wieder los. Und dann zuckt die so zurück. Das hätten sie mal noch ein bisschen smoother machen können. Ähm... The Tempest. Ansehen. Maybe. So... Anti-Trocken-Poster. Für alle, die kein Englisch können. Ehm... Well... At least not for now. Nein, nein, nein. Sein Fall Film Club. Treffen mit Box 17.30. Ist dir das ganze neu? Wir stellen dir die Klassiker vor. Vor. Da fehlt ein Punkt. Ne, da ist auch kein Punkt. Okay. Hast du einen Filmvorschlag? Sprich mit Ron oder Brook. Alles klar. Ja... Steph ruft an. Tab. Neue Erinnerung von Steph. Ey... Ähm... Bin bei den Picknick-Tischen mit Mikey. Danke auf dem Weg. Picknick-Tischen. Wir gucken uns hier erst mal um. Hier ist der Springbrunnen. Die Zukunft braucht Exzellenz. Die Zukunft ist ein Scheiße. Äh... Ja, ein Humor. Guck mal, Victoria. Äh... Victoria Chase. Dann reden wir nicht mit ihr. So... Lalalala... Hier sind die Dormitoris. Oder wie heißen die? Dormitoris. Ah, hab ich richtig... Da ist der Picknick-Tisch. Oookay. Dann gehen wir erst mal nach... Ah... Hallo, Evan. Ah, Evan. Ein fantastischer Fotografer, aber so ein blöderes Herz. Welche Soapbox ist er heute? Chloe, ich würde gerne mit dir sprechen über Wildfire, Bewusstsein und Prävention. Guten Morgen auch zu dir, Evan. Hahahaha. Wildfire ist jetzt super. Warum tust du das? Ich denke... Ich denke... Nöger. Darf ich noch ein bisschen Kuchen stellen? Äh, da esse ich mal zwischendurch. Na, was ist das? Ich liebe die Assemblungen. Einige die besten Nachrichten der Leben. Wow, danke. Ich habe nicht gesehen, das zu kommen. Du, 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 du... Interessiert in komplizierten Fragen, Sie helfen mit dem Publikum. Du willst, meine Gedanken um meine Gedanken? Ich... ...nöger. 15 Prozent als sie ist die Erwachsenen um die Führer wir schreiben unseren Namen Dornsteck ist der Bekaner Blackwell Academy zum Beispiel sind meldet euch heute an im teuren demokratisches recht aus um nehmen nicht um euch zu versammeln falls sammeln nur und die wichtigkeit des brandschutzes für unser zerbrechisches ökosystem zu diskutieren direktoren düdel ich glaube wir hätten doch ein bisschen was Importante Issues, ja, alles klar. Principal Dicks. Na, ihr zwei. Steff Gingrich und Mikey North, Blackwell's Premiere Indoor Kids. Oh, jetzt spielen die, ja? Ist das sowas ähnliches wie DSA? Der hat hier so einen Bogen. Also so ein, so ein... Bogen, wo seine ganzen Fähigkeiten draufstehen und sie... Und der hat auch so einen, so einen Zwölf-Seiten-Würfel, ne? Sie hat die Geschichte im Blick. Wir reden mal mit denen. Sieht so ähnlich aus wie Pen & Paper. Ja. Ja. Pop, 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 piep, boop, boop. Hm, ich hab früher. Hm, ich hab mit meinem Freund, Max. Hm, 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 hm. Cool. Got my DVD? One Blade Runner. Direktor's cut coming right up. Sweet. Five bucks, right? Keep it. I'm just glad someone here appreciates the classics. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life of a real life. Das ist mein Motto. Hm, hm. Ich weiß nicht. Hey, weißt du, ob Rachel ein Gamer ist? Rachel Amber? Du fragst mich? Wollt ihr zwei zwei nicht rausgekommen, oder war es nur wie ein Freund? Äh, was kümmert es euch? Wir sind keine Freunde. Ich glaub, das ist doch besser. Ich weiß nicht, was du hörst, aber Rachel und ich kennen uns gar nicht. Oh, süß. Haha, Steph has a crush. Chloe, you should join our game. Yeah, I don't have 50 hours right now. Thanks, though. We're at the end of the campaign, so it'll only take, like, 20 minutes. What else have you got to do before class? Mmm, class rooming. Oh, what the hell. Game on, nerds. Ja, Charakterbogen. Ich bin eine absoluten Elfbarbarin. Nice. I could totally see myself as an Elfbarbarian. I know, I'm good. Alright, let's get started. You were both famous heroes in the Kingdom of the Lord. Übrigens, ähm, wer das mal sehen möchte, der Kuchen schaut so aus. ...by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Das eigentliche Trotton. Alone, you were fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgron, the Unscarred. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you and greeting. I am Elamon, wizard of the third circle, foremost advisor to King Tiberius and sworn defender of Avernon. Introduce your character. Yeah, okay. Uh, I'm an Elfbarbarian. Name... Uh... Bob, Calamastria, das geht gut. Calamastria. Super into it. Not bad. The two heroes... Hold on. Elamon narrows his eyes at the Elf in front of him and says, I am here to defeat Durgron, the Unscarred. In the name of King Tiberius, what makes you think you're worthy to fight alongside me? Hmm... I've made a man's kill. I've got a man's kill, I've got a man's kill. I've got a man in the chest with a sword, and it went all the way through and killed the guy behind him too. Okay. You stand at a three-way crossing. To your left, the Raiders training ground. To your right, their prison camp. Straight ahead, an enormous, ostentatious tent that could only belong to Durgron, the Unscarred. Which way do you go? Straight ahead, right? We're supposed to kill the Durr... dude. Elamon... Durr, dude. The Raiders could have some good loot at the training ground, and surely it is our duty to free all those prisoners. Your choice, newbie. Where do you wish to go? It's tent time. Are you sure you want to skip the training ground and the prison camp? To the boss camp. Let me just search. You heard me. Let's do the boss battle. You enter the tent to find Durgron, warlord of the Raiders of the Black Well, sitting comfortably at his throne. He's a huge, red-eyed minotaur, swathed in a fine black cloak, gripping a two-handed sword that's easily six feet long. His laughter bellows. Dergaron schloss wieder. Woh! Ha! 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 Seine Lands und Leute sind bereits meine. Seine Worte hören mir nichts. Seine Reich waren schweig. Sie sind schweig. Was ein schweig! Ich hole das. Ich eröffne die Kataklysmische Kone des Feuer. Der Feuer schloss sie auf Kontakt. Dergaron schloss wieder. Er hält seinen gerade Arm um die Show-Office und Rieser bei jemaligen schiebt all of my battlespills bei jemals Kalamastia war die Richtungsschlag, Portalschlag, Wutsturm Sturm klingt gut Rathful Rush It's like a shoulder slam in angry shoulder slam okay I do that you scream with Rathful Rage then charge Dergeron is caught off guard and he fails to dodge you slam your shoulder into him knocking him back and doing this immerhin etwas next Na der Vernichtungsschlag kommt erst zum Schluss stupid man cow in the dick right in the dick right in the dick you miss Dergeron burst out laughing as you stumble past him asshole he gores you in the side with a horn eight damage ouch what do you do next der der natürlich übernichtungschlag oh holy shit anahe ich schreit that sounds bach ist wach 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 dat back rei das ist richtig geil as you take your first step you trip on a rock kong lapsing onto the ground in a klinging jambu metal your axlings why me to decide mikey roll reflex see Oh nein, drei. Ihr Axt strikt Elmon's Leg. Ähm, Legs. Plural. Suffering both feet at the ankles. This game is awesome. My feet? Elmon moves toward the crippled Elmon. Oh, shit. I told you this was my best loss. I told you this was my best loss. I said I'm gonna die. I've been to my death. I've never thought of his bloody heart. Stopp, stopp, stopp. This is all my fault. I'm sort of... What should I do? ... and spring... ... and ermuttern. I say something really encouraging to Elmon. Like what? Yeah? Like what? Shit! Uh... Why is being nice so hard? Never... Ever... Give up. Word. Elmon feels inspired. He summons the strength necessary to crawl away from Durgaron. Okay. Durgaron has now turned his attention toward you. Bring it. He charges, thrusting madly with his great sword. Shit! Oh no. Your attempt to dodge his thrust fails. Durgaron laughs as he impales you on his blade. Lifting you high into the air. Seriously? I can't do anything with that stupid bracer. I'm sorry, Chloe. Hey. I chopped your feet off. We're even. You feel your strength draining away, as Durgaron lifts you higher into the air. It hurts like hell. What do you do? Mmh. Auf seinen Kopf zielen. Auf seinen Arm zielen. Ich glaub mit den Armen sind wir erstmal besser dran. Und das hat Konsequenzen. Oh. Brilliant. You have to roll high to hit. You're almost dead. 20! Fuck yes! You bring your axe down and I will. Ich bin das andersrum irgendwie. Das 20 richtig schlecht ist. Ich cast Gignomys Firestrike a flame. Oh snap! Lying on the ground. You conjure a flaming spear, which flies from your hands to spear Durgaron in the chest. Da krieg ich gleich wieder richtig Lust drauf. Ah, leider krieg ich mir nicht mehr alle zusammen. But your wounds were too great. I'm afraid Kalamastia is dead. I actually feel sad right now. Better to have died a hero, than live as a coward. That was fun. Check out what I drew. Mikey's got serious drawing skills. Cool. Cool cool. Glad you enjoyed it Chloe. Yeah. I'll adventure with you anytime. We'll see. Thanks for the game nerds. What? Uh. Grad noch so'n Folo machen können. Check. Next stop. Chemistry class. Joy. Okay. Meine lieben Freunde. Wollen wir mal ganz kurz was gucken. Kurz was gucken. Wir sind nämlich schon wieder über der Zeit, meine lieben Freunde. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Dann gehen wir dann in die Chemieklasse. Hier da in die Klasse, in die Schule. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.